Zu Risiken und Fehlinterpretationen frage deinen Baumarkt oder Fachanwerker. So ihr Lieben, heute möchte ich einen Teppich entfernen. Das zeige ich euch jetzt mal. Das ist der Teppich und ja, ich habe erstmal an einer Ecke den ganzen Teppich gelöst. Das, was ich gelöst habe, habe ich jetzt erstmal entfernt abgeschnitten. Also am Stück geht es natürlich nicht. Das ist Bullshit, so machen wir das nicht. Der nächste Schritt, den ich jetzt machen werde, ist, dass ich den Teppich ja in etwa 50-40 cm Streifen schneiden werde. Ihr seht schon, dass das ziemlich ein anstrengendes Unterfangen werden kann, denn hier hat er sich ja ganz gut gelöst, aber hier vorne wieder nicht. Ja, man kann den dann mit einer sogenannten Teppichkralle entfernen. Es bleiben ja natürlich Klebereste liegen. Also nicht so wie hier ist es ja schön glatt, da ist das alles gar kein Problem. Aber so wie hier, da sind ja jetzt Klebereste und die können wir auf verschiedenste Art und Weise jetzt entfernen. Es gibt eine Beize, da kann man den Kleber mit einstreichen und nach einer Einwirkzeit, die vom Hersteller vorgegeben ist, kann man dann den Kleber mit einem Schaber entfernen. Oder man kann sich zum Beispiel auch so eine Maschine, wer die zu Hause hat, das geht dann auch relativ gut, ist aber sehr aufwendig. Also zeige ich euch das mal ganz kurz. Also hier wäre jetzt... Moment, da bin ich. Na gut, der geht ja hier noch. Muss ich mal hier hingehen. Also hier ist der... Das geht auch noch. Und sonst könnte man den Kleber jetzt hier mittels dieser Maschine einmal runter scharfen. Also das geht, ist aber auch ziemlich aufwendig. Es geht auch noch, weil einige Kleber, also einige Arten von Klebern sind wasserlöslich, dass man den mit Wasser ja so ein bisschen anlösen kann. Das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit und das probiere ich jetzt mal als nächstes. Das heißt, die nächste Bahn werde ich mal etwas anfeuchten, das ein bisschen einwirken lassen und dann mal gucken, wie sich dort der Kleber dann lösen lässt, beziehungsweise der Teppich dann lösen lässt. Und ich habe es ja fast gleichmäßig hinbekommen. Wasser und eine Malerrolle. Hervorragend. Funktioniert sehr gut. Eintauchen und einfach verteilen. Ja, hat gut funktioniert. So verteile ich jetzt hier erstmal ein bisschen das Wasser. Geht relativ zügig. Einwirken lassen. So ein Cuttermesser leidet natürlich jetzt sehr unter dieser Arbeit. Speziell natürlich die Klinge, nicht das Messer selber, aber die Klinge. Die ist hier natürlich schon ziemlich abgeschliffen. Es gibt ja auch so Hakenklingen. Allerdings bringen die mir hier auf diesem Teppich ja jetzt herzlich wenig, weil er ist ja hier so fest verklebt und ja durch das Laufen auch schon so dünn, beziehungsweise so fest, dass man hier gar nicht mit dem Haken rein kann. So bei meinem Teppich ist das so, wenn ich Wasser benutze, zum etwas anlösen, dann muss ich mich ja relativ zügig hier voran arbeiten, weil ja umso länger ich das Wasser hier wirken lasse, da löst sich so ein bisschen der Teppich auf. Also die Fasern lösen sich von dem Untergrund, von dem Teppich, ja von der Unterseite ab. Und der Kleber bleibt dann noch drauf, habe ich gemerkt. Ob das jetzt von der Beschaffenheit des Teppichs abhängt oder ob das generell so ist, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber bei meinem Teppich jetzt hier ist es so, dass ich das nicht allzu lange einwirken lassen kann. Ja, ich spreche hier ungefähr von fünf bis acht Minuten und dann muss ich auch anfangen, den Teppich hier abzureißen, sonst bleibt der Kleber nämlich unten. So, das sieht dann etwa so aus. Hier ist dann die Unterseite vom Teppich und hier ist dann nur noch die Faser. Da hat sich das abgelöst, weil ich wahrscheinlich etwas zu lange gewartet habe. Aber der Kleber lässt sich dann trotz alledem relativ gut entfernen. So, circa eine Stunde weiter habe ich jetzt den Teppich so weit raus. Hier vorne sind noch ein paar Reste. Das ist, wie gesagt, bei meinem Teppich halt so gewesen, dass der sich halt dort abgelöst hat, so wie hier jetzt. Das sind die Reste, die jetzt hier kleben. Die weiche ich nochmal mit Wasser nach und dann lassen die sich relativ gut noch abziehen. Ich bin ziemlich kaputt. Ja, das ist auch so eine Arbeit für jemanden, der Mutter und Vater auf dem Gewissen hat. Eigentlich sollte man das lieber machen lassen, wenn man die Möglichkeit und die finanziellen Mittel natürlich hat. Ja, das ist eine Arbeit, die man gerne vergeben kann. Ja, ich bin soweit durch. Ich habe gezeigt, wie ich den Teppich jetzt rausgerissen habe, weil ich eben vor dem gleichen Problem stand. Wie kann ich das jetzt am besten machen, habe ich natürlich auch mal recherchiert und euch dann dazu mal dieses Video aufgenommen, damit ich probieren kann, ob das, was ich dort gesehen habe bzw. gelesen habe, auch funktioniert. Mein Fall hat es funktioniert. Wie gesagt, wenn der Kleber wasserlöslich ist, mit dem der Teppich verklebt ist, dann kriegt man das ganz gut mit Wasser weg, also mit Wasser auf- oder angelöst zumindest. Der Teppich sollte immer in Streifen geschnitten werden. Das macht sich deutlich besser. Um diese Streifen abzuziehen, empfiehlt es sich, eine Teppichkralle sich auszuleihen oder zu kaufen. Zu kaufen weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Ich weiß gar nicht, wie teuer die sind. Ansonsten ausleihen gibt es die sicherlich zum Ausleihen. Ja, wer natürlich festen Kleber dann drauf hat, den so nicht runter bekommt, muss eine entweder Beize benutzen. Gebrauchsanweisung dafür steht dann immer entsprechend beim Hersteller auf dieser Verpackung drauf oder man lässt sich halt nochmal beraten. Vom Profifachmann machen lassen kann man natürlich auch, wenn man die finanziellen Mitteln hat. oder eben sich eine Maschine ausleihen, die dann eben diesen Teppich dann runter arbeitet. Ja, das dazu zu meinem Video hier den Teppich entfernen, wie ich das gemacht habe. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder und bis dahin sage ich ciao, euer Maik. Bis zum nächsten Mal wieder.